Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 2. Dezember 2021. Die Totempfehle-Weltausstellung wurde heute eröffnet. Bei dieser äußerst ungewöhnlichen Ausstellung gibt es Totempfehle aus aller Welt zu sehen. Das ist eure Chance herauszufinden, wie sich Totempfehle in verschiedenen Ländern unterscheiden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Krasmi. Der 2. Dezember war das Sendedatum dieser Mii-Nachrichten.